Was in diesem Video passiert Zeno, wer war das? Ähm, äh, das, das war mein Jo Leute, was geht, Flakes hier Heute ist was richtig komisches passiert, also was richtig, richtig komisches Ich würde sagen, schaut euch einfach das ganze Video an, dann wisst ihr bestimmt, was ich meine Irgendwas ist mit Zeno richtig, richtig komisch Lass dein Like da, denn bei 10.000 Likes gibt es auch schon die nächste Folge mit Zeno Und abonniert meinen Kanal, um kein neues Video mehr zu verpassen Und tragt auf Ehre mein Crater Code Flakes im Item Shop ein Kuss geht raus an jeden, der es macht Hello, hello, hello Hello, 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 Flexi Boy Äh, Zeno, ab zur Liebesinsel würde ich sagen, oder? And period, ganz genau Äh, äh, was hast du da gesagt, am period? End period, ja Äh, ey, wie lange hast du das schon nicht mehr gesagt? Boah, ist schon ein Jahr lang her, oder? Ja, ja, ein Jahr, ja, ja, ja Mhm, und wie geht's dir so, zähl mal ein bisschen, hab dich voll vermisst, sogar denn ich stimme Ja, gestern war ja Valentinstag und eigentlich war da alles perfekt, also es hätte besser nicht laufen können, muss ich wirklich sagen, ja? Ja, oh Mann, hab ich die Zeit mit dir vermisst, oh Mann Hm, ja, das stimmt, die Zeit mit dir hab ich auch vermisst, aber es war doch jetzt nur ein Tag her, also so lang war es jetzt auch nicht her, oder? Ach Mann, trotzdem Flakesi Boy Hä, du hast es aber jetzt grad nicht schön gesagt, du hast gesagt Flakesi Boy Flakesi Boy? Genau so muss man das sagen, aber Zeno, schon mal ne Frage Ja? Warum landen wir immer hier und nicht mal woanders, ist doch voll langweilig Hast du grad nicht gesagt Äh Flakesi Boy Das ist unsere Liebesinsel, wir haben so viele Erinnerungen hier, das hast du grad nicht gesagt, oder? Nein, das war nur Spaß, natürlich lande ich gerne hier Du siehst halt voll hübsch aus, dein Skin Ja, aber Warum bist du ne Frau? Ja, Zeno, warum bin ich immer ne Frau, das ist doch voll komisch Ja Fortnite denkt, ich bin ne Frau Wo ist dein Baby Boy Skin? Ja, keine Ahnung, als Snow Skin kommt immer alles zufällig, ich kann das gar nicht auswählen, weißt du? Egal, trotzdem bist du süß Ja, und du bist noch süßer, was denn? Guck mal, ich mach jetzt ne Schau, Kai Atze Oh, 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 oh Oh, oh, oh Guck mal, das ist für dich Und Oh, Zeno, aber Du darfst es nicht zu oft machen Weil, das hab ich ja gestern schon gesehen Und jetzt war es ja gar keine Überraschung für mich Ich wusste, dass da so ein Strauß rauskommt Weißt du? Ähm, okay. Ja, tut mir leid. Ja, Zeno, alles gut, alles gut. Brauchst dich doch nicht entschuldigen. Ich weiß doch, dass du das... Ja, du machst das ja alles für mich, oder? Ja, ich hab dich auch sehr, sehr, sehr gerne. Oh, das weiß ich. Und ich bin echt mega happy, dass wir wieder irgendwie fröhlich zocken. Und du hast am Anfang auch gesagt, I'm period. Und das heißt, glaube ich, für mich, dass du auch wirklich fröhlich bist. I'm period. Genau, und weißt du, was ich gefunden hab? Was denn? Ich hab meine Lieblingswaffe gefunden in Gold. Oh, mein Gott. Zeig mal. Zeig mal, Markus, die Waffe. Nein, 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 warte mal. Zeig mal, bitte. Ich mach auch nichts. Period. Flexiboy, jetzt zeig. Scammer wurde gescannt. Ey, nein, nein. Ich bin kein... Ey, hör auf. Ich bin immer wurde gescannt. Okay, kommen wir jetzt hier hoch? Warte. Komm jetzt her. Okay. Hast du ein Stück Holz für mich? Holz? Äh, ja. Ja? Okay, danke schön. Guck jetzt, okay? Wir machen jetzt hier nur so eine Wand. Und das ist meine Waffe. Und... Oh, warte. Ich muss erst mal die Waffe nehmen. Okay, das ist deine Waffe. Madkit. Und das ist dann meine Waffe. Okay? Also, jetzt müssen wir Waffen austauschen. Aber, Zeig, du hast mir doch meine Waffe weggenommen. Ja. Ich hab dich gescannt. Jetzt musst du mich scammen. Okay, warte. Warte. Ey! Aber das zählt nicht. Du musst mich hier so runter... Ja, keine Ahnung. Okay. Na, egal. Okay, reicht. Ja, Seido, was ist los mit dir? Du bist heute irgendwie sehr, 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 sehr gut gelaunt, oder? Ja, und period. Ja, also, guck mal, wir verstehen uns gut. Und, ähm, ja, also, es ist ja ganz normal, wenn ich so gut gelaunt bin, oder? Ja, also, das freut mich auch. Also, ich hab die Zeiten echt vermisst, dass wir hier gut gelaunt miteinander lachen und so. Die ganze Zeit war es irgendwie so eine komische Stimmung. Weiß, Fluxiboy? Ist jetzt wieder für immer alles gut? Ja, klar. Was dachtest du denn? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht, ähm, vielleicht ist es ja nicht für immer jetzt alles gut. Vielleicht tust du das Ganze ja auch nur Schauspielern. Was? Was für Schauspielern? Ich weiß nicht. Zeno, du rennst doch die ganze Zeit von mir weg. Bleib doch bei mir, Zeno. Ich dachte, du magst mich. Ich mag dich, ich mag dich. Ähm, das Ding ist, Fluxiboy, ich werd dich nie wieder enttäuschen, okay? Habt ihr das versprochen gestern? Achso, du wirst mich nie, 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 nie wieder enttäuschen? Ja, nie wieder. Ja, Fluxiboy, habt ihr das auch versprochen? Ja, okay. Ähm, aber ein Versprochen wird auch nie, 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 nie wieder gebrochen, oder? Und uns suchen Gegner. Wir müssen hier weg. Wir müssen weg. Flux, ist ja alles grau. Ja, du hast, glaube ich, diesen komischen Fisch gegessen. Der gibt dir so Fähigkeiten. Oh mein Gott, Fluxiboy, warte auf mich. Oh nein, da oben sind die. Oh nein, was? Ja, ich seh die. Oh. Ich rette dich, okay? Komm mir nach. Nein, nicht schießen, nicht schießen. Period. Nein, Zeno, warte doch, bevor du mich beschützt. Warte doch. Zeno, Zeno. Ja? Hör mir zu. Ja? Wir müssen langsam machen. Du darfst dich schießen, die hören uns doch. Guck, da oben, da oben. Achtung. Oh nein, warte. Nein, Flux. Hier. Fluxiboy. Über uns, über uns, über uns. Schütz dich hinten, Makaia. Nein. Zeno. Zeno. Ähm, lass einfach die nächste Runde, okay? Zeno, bist du da? Ja, ich bin da, Fluxiboy. Was war das gerade für eine Runde? Wir waren ja voll chaotisch drauf. Was war mit uns los? Ich weiß es nicht, Flux. Ist es normal, dass wir jetzt, wo wir happy sind, einfach nur so komisch sind? Mhm, kann sein. Oha, richtig komisch. Zeno, ich weiß, wir haben eine gute Stimmung, die Stars, aber ich habe eine ernste Frage an dich. Ja, was denn? Wie geht es jetzt eigentlich so mit uns weiter? Ist jetzt alles okay? Wie geht es jetzt mit uns weiter? Ähm, ja, guck mal, wir verstehen uns doch ganz gut. Also, ist doch alles okay, oder? Also, ist doch alles gut zwischen uns, also... Also, alles wieder ganz normal, ohne Probleme, dies, das. Ja, oder? Siehst du das nicht so? Oder bist du enttäuscht von mir? Äh, nein, nein, nein. Fluxiboy. Nein, alles gut, alles gut. Ich will auch nicht irgendwie schlechte Themen oder so wieder ansprechen, weißt du, wie ich meine? Wir müssen jetzt einfach positiv denken und nach vorne schauen, oder? Ja. Okay, perfekt, perfekt. Zeno, wer war das? Ähm, äh, das war mein... Das war... Das war mein Vater. Das war meine Mutter, das war meine Mutter. Also, meine Mutter hat mich angerufen. Äh, tut mir leid nochmal. Ähm... Oh mein Gott! Ähm, wie? Deine Mutter, dein Vater... Warte mal, hast du dich gerade versprochen? Was hast du da gerade gesagt? Das war meine... Äh, das war mein Vater. Aber du hast doch gerade irgendwas von Mutter gesagt. Nein, hä? Das war mein Vater. Ich hab so was konzentriert im Falten. Vielleicht kam das so rüber. Hä? War das dein Handy, oder? Äh, ja. Und ist dein Vater gerade zu Hause oder deine Mutter? Äh, 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 nein. Mein Vater ist unten, aber meine Mama ist nicht da. Warum? Ja, und warum sollte dich dann dein Vater anrufen, wenn er zu Hause ist? Äh, nee, meine Mutter ist zu Hause. Mein Vater ist weg. Sorry. Ach so. Okay. Ja. Okay, okay, okay. Ich glaub's dir. Egal, egal. Ja, okay, alles gut. Ja, wenn du dich deine Familie anrufst, ist ja alles gut. Äh, ich will auch jetzt nicht die Stimmung hier vermiesen. Ich vertraue dir da voll und ganz. Es ist ja auch okay, wenn dich jemand anruft, oder? Ja. Senosh, wir dürfen jetzt nicht über schlechte Themen reden. Ich glaub dir auch alles. Das darf echt nicht mehr sein, okay? Ja, okay. Flexibel, alles gut. Ja, weil, ich weiß nicht, ich, 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 ich find zwar alles zwischen uns ist gut, aber manchmal kommen so komische Dinge bei dir vor und dann denk ich wieder, hey, irgendwie, ja, weißt du, weißt du, wie ich mein? Ja, ich weiß, dass du meinst, Flexibel. Kannst du mich verstehen, warum ich manchmal so ein bisschen misstrauisch bin? Ich kann dich wirklich sehr, sehr gut verstehen. Es war halt auch alles gut. Also, es war dein Vater einfach, oder? Ja, es war mein Vater. Okay, okay. Ich glaub, da wollte ich was sagen, aber, na egal, alles gut. Ja, aber nicht, dass du Ärger bekommst, wenn, wenn du jetzt nicht drangegangen bist, weißt du? Nein, 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 ich bekomm nicht Ärger. Alles gut, Flexiboy. Okay, ja, ich wollte ja fragen, wie es eigentlich mit uns weitergeht. Du sagtest ja, es ist ja alles normal und so, oder? Ja, es ist alles gut. Okay, es ist alles gut. Ähm, Flexiboy, Gegner. Ich komme, ich komme, ich komme. Halt durch, Senosh, warum rennst du auch alleine rum? Wir müssen doch immer zusammenbleiben. Ja, komm, komm, ich will dich retten, Flexiboy. Ich muss dich retten. Okay, okay, ich, ich komme, ich komme. Oh mein Gott, du bist ganz alleine. Pass auf dich auf, pass auf dich auf. Ja, du gibst mir schon Kraft, Flex. Okay, okay, sind da immer noch Gegner? Ja. Wo, wo sind die? Flexiboy. Wo, wo, wo? Ich komme doch, wo sind die denn? Hier. Wo? Die waren hier gerade. Hä? Halt hier, hier. Warte. Oh nein. Oh nein. Oh mein Gott, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Mein Teammate ist hier. Wo, wo, wo? Hier. Über mir. Nein, nein. Er hat mich. Nein, ich rette dich. Nein. Ich rette dich, Flex. Oh nein. Komm, Senor, du schaffst das. Period. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Du musst dich retten, Flex. Oh period. Oh mein. Senor, er hatte zwölf HP, aber ganz wichtig, ich muss dich noch was fragen, okay? Okay, okay, dann komm Lobby. Okay, okay. Senor, bist du da? Ja. Ja, ich bin da, Flexiboy. Ähm, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen komisch, aber ich muss es ansprechen. Ja, okay, dann komm, hau raus. Was ist los? Gestern, nach der Runde, wolltest du mir in der Lobby was sagen. Was genau wolltest du mir da sagen? Ach ja, stimmt, Flexiboy. Ähm. Oh. Oh, Flex. Äh. Äh. Ich muss los, Flex. Äh. Wir sehen uns morgen einfach, okay? Ich muss los. Okay. Ich muss los. Ich muss los, Flexiboy. 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 Vielen Dank.